Hallo und willkommen auf dem YouTube-Kanal Scientor, ich bin Yannick und hier lernst du, wie du besser Schachspielen kannst. In dem heutigen Video soll es darum gehen, warum du kein Angriffsspieler sein solltest. Man hört es immer wieder, viele Leute im Club behaupten von sich, dass sie doch ein toller Angriffsspieler seien und gerne den Gegner angreifen würden. Aber warum das nicht der richtige Weg ist und nicht die richtige Einstellung zum Spiel ist, das erfährst du in dem heutigen Video. Wer mich kennt und diesen Channel schon länger verfolgt, weiß natürlich, dass ich nicht einfach irgendwelche Behauptungen aufstellen würde, sondern meine Behauptungen auch immer begründe und Partiebeispiele für euch raussuche. Und genau das habe ich diesmal auch wieder gemacht und werde jetzt an zwei Partiebeispielen zeigen, warum es manchmal nicht gut ist, ein Angriffsspieler zu sein oder von sich selbst zu denken, ein Angriffsspieler zu sein. Okay, die erste Partie ist hier eine Schnellschachpartie, die auf Lichels gespielt wurde. Beide Spieler haben hier so um die 1900 und wir schauen uns das Ganze mal an. Weißer öffnet hier mit E4. Wir sehen hier den Zvechnikow-Sitzianer. Du hast natürlich auch die beiden Partien, die ich dir jetzt vorstellen werde, in der Videobeschreibung verlinkt, damit du dir das Ganze selbst nochmal anschauen kannst. Okay, wie gesagt, wir sehen hier den Zvechnikow-Sitzianer. Und wir sehen auch die Variante, die ich selbst sehr gerne spiele, hier mit C4. Ich spiele die Variante sehr gerne, weil Weiß dadurch schöne Kontrolle hier auf das Feld D5 bekommt, das später den Springer reinstellen kann und generell auch ein bisschen mehr Raum hat. Der Bauer auf C4, der steht da einfach gut. Ich finde das sehr angenehm. Wir sehen Springer F6, Springer C3, A6. Der Springer wird zurückgetrieben und hier sehen wir ein Standardmanöver. Sieht erstmal komisch aus. Der weiße Springer ist jetzt schon zum dritten Mal gezogen. Aber die Idee hier von Weiß ist zum einen, dass er das Feld auf D4 kontrolliert, denn häufig wird ein schwarzer Springer nach D4 rein. Und eine andere Idee ist auch häufig, dass Weiß über E3 den Springer nach D5 reinbringen kann. Und dann haben wir das Feld auf D5 noch besser unter Kontrolle eben, denn wir haben ja den einen Springer schon da, der das Feld auch kontrolliert. Okay, es geht jetzt weiter mit kurzer Rochade, Läufer E2, Läufer E6. Und hier wäre natürlich ein ganz natürlicher Zug, Zug von Weiß hier einfach zu rochieren. Und im weiteren Verlauf sollte Weiß hier keine Probleme haben und wahrscheinlich sogar besser stehen, indem er hier einfach sich normal aufbaut und am Ende hier seinen Springer nach D5 reinstellt. Das Standardfeld für den weißen Springer hier, der Bau auf D6 ist rückständig, Weiß kann da häufig mal Druck ausüben, zum Beispiel mit Dame D2 und Turm D1. Und auch hier der Springer kontrolliert das Feld auf D4. Aber diese Stellung ist natürlich sehr positionell und strategisch hier veranlagt und Weiß muss sich im Klaren sein, dass er eben hier keine Angriffspartie spielen wird. Aber Weiß hat sich gesagt, nein, ich bin ein Angriffsspieler, ich will diesen positionellen Kampf nicht, sondern er spielt hier weiter mit G4. Und da sehen wir, dass Weiß hier sich als Angriffsspieler identifiziert und immer angreifen will, egal um welchen Preis. Und das ist hier nicht besonders gut, denn G4 öffnet hier schon mal den Königsflügel, wo der König von Weiß vielleicht hinrufieren wollte, wo er auch ganz sicher gestanden hätte. Aber durch G4 ist er da jetzt nicht mehr geschützt, natürlich Weiß will jetzt hier angreifen, aber das positionelle Spiel hätte ihm hier viel mehr Vorteile gebracht. Gerade durch die schöne Kontrolle des Felds D5 durch beide Bauern und auch die Springer können hier gut rein. Egal, wir schauen uns mal an, wie es jetzt weitergeht und wie Weiß hier bestraft wird. Schwarz spielt weiter mit Dame D7, das ist noch ein okayer Zug. Wir sehen jetzt G5, Weiß will weiter angreifen, Springer E8, der Springer zieht zurück, H4, Weiß will weiter hier angreifen. Er bleibt seinem Plan jetzt hier treu, er ist ein Angriffsspieler und will hier am Königsflügel den schwarzen Spieler hier zur Strecke bringen. Wir sehen jetzt hier Springer C7, Läufer E3, B5 und Schwarz entscheidet sich jetzt hier den anderen Flügel zu öffnen. Und das macht er hier sehr gut, denn der Weiße König ist natürlich jetzt immer noch schwach im Zentrum und auf einmal haben wir hier keinen strategischen Kampf mehr, sondern einen sehr, sehr aggressiven Angriffskampf, wo der Weiße König im Zentrum steht. Das Zentrum will Schwarz jetzt natürlich öffnen gegen den Weißen König und den hier angreifen, während Weiß hier versucht, am anderen Flügel den schwarzen König anzugreifen. Und wir sehen jetzt hier Springer D5, Bauer schlägt C4, Springer B6, Weiß gewinnt jetzt die Qualität, aber nicht mal das ist schlimm hier. Wie du vielleicht auch an der Enginebar siehst, steht hier Schwarz tatsächlich immer noch besser. Das liegt einfach daran, dass er hier jetzt ein besseres Zentrum hat, er hat einen Bauer für die Qualität gekriegt und der Weiße König ist schwach. Und falls es Schwarz hier mal schaffen sollte, das Zentrum mit D5 zu öffnen und dann all seine Leichtfiguren ins Spiel zu bekommen, steht er hier sehr, sehr gut. Wir sehen jetzt hier Springer A3 von Weiß und das war schon kein guter Zug. Denn hiernach hätte Schwarz schon seine Chance nutzen können und einfach mit D5 das Zentrum öffnen können, wonach Schwarz hier einfach komplett auf Gewinn steht schon. Es ist nicht so einfach zu glauben, aber tatsächlich sagt der Computer hier schon minus 4 und die Stellung ist hier nicht mehr zu halten für Weiß. Zum Beispiel, wenn wir jetzt auf D5 rausnehmen würden, folgt hier Springer Steg D5, alle schwarzen Leichtfiguren kommen hier in den Kampf hinein und Weiß kann sich nicht verteidigen. Ich zeige nochmal eine Beispielvariante, Läufer F3, C3, Springer C4 und der Turm kommt auch noch rüber und wir sehen einfach, alle schwarzen Figuren sind jetzt drinnen. Weiß kann das hier nicht halten, das war nochmal vom Computer hier eine Beispielvariante an der Stelle. Okay, in der Partie verpasst Schwarz tatsächlich diese Chance hier mit D5 zu spielen, spielt weiter mit Dame B7 und hiernach hat Weiß wieder Möglichkeiten in der Partie zu bleiben. Und tatsächlich wäre der beste weiße Zug hier in dieser Stellung kurzer auch gerade, was schon zeigt, dass die weiße Strategie hier einfach nicht die richtige war. Denn er hat hier ja die Bauern vorgezogen und man will den König natürlich sicher haben. Hinter dem Bauern ist der König nicht mehr sicher. Wir sehen jetzt Springer Steg C4 von Weiß und das ist ein grober Patzer. Ja, du kannst gerne nochmal das Video anhalten und hier eine relativ einfache Taktik finden, mit der Schwarz hier gewinnt. Okay, ich hoffe, die meisten von euch konnten diese finden, denn die ist nicht so schwer. Es folgt hier einfach Läufer Steg C4 und nach Läufer Steg C4 Dame B4 Schach. Und Weiß hat in der Partie tatsächlich schon nach Läufer Steg C4 aufgegeben, denn nach Läufer Steg C4 Dame B4 verliert Weiß hier einfach eine ganze Figur. Der Läufer auf C4 geht verloren und Weiß steht auf Verlust. Okay, was konnten wir jetzt aus dieser Partie mitnehmen? Natürlich, das Ende war jetzt sehr abrupt und hätte so nicht enden müssen, aber es war nur noch die Krönung der weißen schlechten Strategie. Er hätte eine viel einfachere, bessere Stellung herbeiführen können, indem er einfach positionär gespielt hätte, mit dem Druck auf die 5 gespielt hätte, den Springer da reingestellt hätte und einfach gut gestanden hätte. Anstatt, dass er hier versucht, einen Angriff zu starten, den die Stellung einfach nicht hergibt. Man muss eben auf die Ungleichgewichte der Stellung hören und schauen, was wirklich in der Stellung abgeht und was man wirklich machen sollte und nicht was man gerne machen würde. Und genau das gleiche sehen wir auch in der nächsten Partie nochmal, wobei da das Beispiel nicht ganz so schlimm ist. Okay, wir sehen hier gerade die Endstörung. Ich gehe gerade nochmal an den Anfang. So, wurdet ihr alle mal kurz gespoilert. Ich hoffe, das ist nicht allzu schlimm. Ihr könnt trotzdem einiges daraus mitnehmen, denn wir sehen jetzt hier auch wieder die Sitzianische Eröffnung. Und man könnte meinen, dass hier wieder die Zwechnikauf-Variante gespielt wird, aber nein. Hier folgt G6 und das ist der Beschleunigte Drache. Zum Beschleunigten Drachen habe ich auch schon ein Video gemacht oder sogar zwei. Die kannst du auch gerne mal dir anschauen. Ich werde dir hier mal das eine verlinken. Das ist zum Beschleunigten Drachen und auch zum Hyperbeschleunigten Drachen habe ich ein Video gemacht. Waren beide sehr gut. Kannst du dir, wie gesagt, auch gerne mal anschauen. Wir schauen mal an, wie es jetzt weitergeht. Hier folgt C4, weiß wird den Marocci-Aufbau. Und wir sehen die klassische Eröffnungsvariante hier, die sehr häufig gespielt wird. Alles normal soweit. Hier folgt Sprenge G4. Und Sprenger G4, über Sprenger G4 freue ich mich als Weißer immer. Ich spiele die Variante auch mit Weiß und Sprenger G4 ist immer ein Zug, wo ich mich sehr freue. Denn hier kann Weiß einfach den weißfächrigen Läufer abgeben. Und er ist häufig keine gute Figur in diesen Strukturen. Einfach, das liegt daran, dass die Bauern hier immer auf den weißen Feldern stehen und der Läufer dadurch wenig Freiraum hat und nicht so gut in der Partie teilnehmen kann. Jetzt mit Läuferstücke 4 werden wir diesen Läufer schon mal los. Die Sprenger sind hier eh flexibler und stärker. Und genau, wir haben einfach die schlechte Figur jetzt weggetauscht. Es folgt hier Läuferstücke 4. Und jetzt sehen wir, dass Weiß hier eben wieder ein Angriffsspieler ist und sich als Angriffsspieler identifiziert und hier vielleicht den falschen Plan wählt, denn er spielt hier weiter mit F4. Und F4 ist hier kein besonders guter Zug. Mit F4 plante er hier vielleicht einfach mit F5, F6 eventuell weiter zu spielen und hier den schwarzen König anzugreifen. Aber das fordert die Stellung hier überhaupt nicht. Wir müssen uns anschauen, was sind die Ungleichgewichte der Stellung. Und da fällt auf, weißer Traumvorteil. Wir haben den Bau auf E4, wir haben den Bau auf C4. Wir haben ein stärkeres Zentrum und wir haben die Kontrolle über D5. Aber das sind alles Faktoren, die dafür sprechen, dass wir hier einen strategischen Kampf spielen sollten und strategisch versuchen sollten, unseren Springer nach D5 zu bekommen und hier langfristig einfach mit leichtem Raumvorteil zu spielen. Aber stattdessen entscheidet sich Weiß hier sofort konkret was zu machen und mit F4 zu spielen. Viel besser wäre es hier gewesen, was ich hier gerne spiele, ist mit F3 weiter zu spielen einfach und jetzt noch Läufer, die 7, B3, haben wir hier eine super feste Struktur. Das ist immer meine Lieblingsbauernstruktur, wo die Bauern hier sehr schön diese Pyramide sozusagen bilden. und sich alle gegenseitig decken. Das ist einfach super. Wir haben jetzt auch keinen weißverträgen Läufer mehr, der dadurch eingeschränkt werden könnte. Wir können immer noch den Springer nach D5 spielen. Super angenehme Stellung für Weiß hier. Aber Weiß entscheidet sich konkret was zu machen, spielt hier mit F4 weiter und ich denke, das war ein Fehler hier an der Stelle. Jetzt sehen wir Springer schlägt D4, Läufer schlägt D4 und E5. Und was wir jetzt auch sehen, ist, dass Schwarz die Stellung schafft zu öffnen. Und wem bringt hier eine offene Stellung mehr? Du kannst gerne mal überlegen. Ja, natürlich, Schwarz. Und warum ist das so? Schwarz hat das Läuferpaar. Das Läuferpaar will immer offene Stellung haben. Und genau das bekommt Schwarz jetzt. Während wir hier den Springer haben, der hat natürlich immer noch das schöne Feld auf D5, aber es wäre viel stärker gewesen, wenn die Stellung hier noch mehr geschlossen geblieben wäre, denn dann wären die schwarzen Läufer nicht so stark gewesen. Okay, wir schauen uns mal an, wie es hier weitergeht. Es folgt jetzt hier, schlägt F4, Läufer schlägt F4 und Dame B6 Schach. König A1, Läufer E6, B3 stützt hier die weiße Struktur. Sehr sinnvoll. Der Bauer auf D6 ist immer noch schwach und weiß sollte hier immer noch ganz gut stehen, aber er hätte viel besser stehen können, wenn er hier nicht F4 gespielt hätte und den Bauer noch auf F3 hätte. Wir sehen jetzt Turm D8, Turm D1 und hier nach werden auch noch die Damen getauscht, hier wird auch noch ein Springer getauscht und wir landen in diesem Endspiel. Und obwohl jetzt alle weißen Bauern auf den weißen Feldern stehen und wir den schwarzfährigen Läufer haben, was natürlich erstmal gut ist, denn dadurch können wir die schwarzen Bauern angreifen und unser Läufer wird nicht durch die eigenen Bauern blockiert, ist die Stellung hier ziemlich ausgeglichen. Und weiß hat hier keinen großen Vorteil mehr. Und in der Partie sehen wir jetzt tatsächlich, dass weißes hier noch vergeigt und sich einfach nicht gut aufbaut, hier nicht die E-Linie versucht zu besetzen. Deswegen, ja, schwarz spielt hier erstmal einfach F5, dadurch kommen wir auch auf der F-Linie nicht rein als weißer und jetzt kontrolliert schwarz die E-Linie und schwarz steht hier einfach gut. Hiernach hat schwarz einfach durchgehend aktivere Figuren gehabt, hat jetzt einen Bauer gewonnen und im weiteren Verlauf der Partie konnte schwarz tatsächlich dieses Endspiel auch gewinnen. So, jetzt noch Läufer F2-Schach, geht nur noch Läufer G1 und danach würde weiß hier die ganze Figur verlieren und das natürlich komplett hoffnungslos hier. Okay, auch in dieser Partie haben wir wieder gesehen, dass weiß hier ein Angriffsspieler war, sich als Angriffsspieler gesehen hat, mit F4 gespielt hat, was keine gute Option war hier an der Stelle und dadurch hier eben eine schlechtere Stellung erreicht hat. Ich hoffe, du konntest aus diesen zwei Beispielen mitnehmen, warum es wichtig ist, dass du dir immer die Ungleichgewichte der Stellung anschaust, schaust, was in der Stellung wirklich abgeht und dann richtige Entscheidungen triffst und nicht einfach sagst, ich bin ein Angriffsspieler und will nur auf Angriff spielen. Falls dir das gefallen hat und du generell Mehrwert aus diesem Video gezogen hast, dann kann ich dir empfehlen, schau dir auch mal andere Videos auf diesem Kanal an, denn da kannst du auch sehr viel zum Mindset, zum Schach lernen, wie auch dieses Video. Das hat dir dabei geholfen, eben sich nicht mehr als Angriffsspieler zu identifizieren. Ich habe auch schon ein Video zum Macho Schach zum Beispiel gemacht, die können dir auch weiterhelfen. Würde mich sehr freuen, wenn du da mal vorbeischaust und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, ciao.